Ich würde auch immer gerne ins Forum schreiben, ne? Findet ihr natürlich, äh, tfmc.de Da sind wir immer verpasst. Wäre wirklich mal ein cooles Event, ne? Machen wir immer so Verlosungen, weißt du? Große Soilette. Stehen, kommen alle in einen Raum, oder so. Dann beende ich jetzt, oder? Ähm, genau, würde ich sagen. Und 31 Leute sind noch am Start. Ja. Aber dann auch bitte die richtige, weißt du, für ein großes Soilette, also, ähm, wer getroffen wird, wird permanent gebannt. Ja, wir haben ja auf dem Server die schöne, die G36 und sowas halt, ne? Kann man ja dann so, ne? Benutzt sie vielleicht. Genau. Ja, und zwar in der nächsten Prüfung, ne, liebe Leute. Acht Minuten steht ja auch im Chat immer drauf achten, ne? Acht Minuten sind Zeit für dieses Labyrinth. Es gibt ja auch nur einen Ausgang. Viel zu lange, viel zu lange. Ja, und der ein oder andere hat's hier auch, also ist hier auch schon ausgeschieden. So ist es nicht, ne? Ja, klar. Und von da aus würde ich sagen, seid ihr denn alle bereit, liebe Leute? Hashtag ja einmal. Klar. Dann schauen wir mal, ne? Oder braucht irgendjemand ne Pause? Ist das Echo weg? Ja, das Echo ist weg, ja. Sonst wär's ja schon wieder gemutet. Genau, acht Minuten sind Zeit in der nächsten Prüfung, ne? Okay, wir warten noch. Ja, wir warten noch zwei Minuten einfach mal. Machen wir eine ganz kurze Pause. Also für alle, die schnell, ne? Irgendwie irgendwo hin müssen, ne? Bereit euch. Schnell den PCF holen, ne? Ciao. So, irgendwie ist meine Musik grad ein bisschen leiser geworden. Ich weiß nicht, was da los ist schon wieder. Äh, die ist irgendwie weg. Schon ganz weg. Oh ne, die ist ja ganz leiser. So, jetzt ist das ein bisschen... Okay, grad komisch. Naja, wie auch immer. Die muss ich machen, macht jetzt auch ne Pause, weißt? Ja, stimmt. Die macht tatsächlich grad ne Pause. Oh Mann. Ich liebe diesen... Ja. Ah, da ist sie wieder. Ähm, so, ansonsten. Ja, wer... Wer ist denn noch alles mit am Start hier? Ähm, der X-Apple, oder beziehungsweise Apple, ne? Dann Sveni natürlich Topsy. Dann Atommombe. Dann Nickelodeon ist auch noch am Start. Dann Venix ist da. StarCraft natürlich. Dann FelixMD. WappitiBlockNightShadow hab ich, glaub ich, grad noch gesehen. SachsLuca? Dann HDDL... Ähm, macht mal die Leute wieder nicht mehr unsichtbar. Ja genau, wir machen euch jetzt wieder sichtbar. Ne? Aber das macht die Regie eigentlich normalerweise automatisch nebenbei immer. Ne? Regie, gib mal kurz den Kopf, um ich mir nicht irgendwas zeigen. Ne, ne. Und von da aus würde ich sagen, ähm, ich glaube, wir haben jetzt ein, zwei Minuten lang gewartet. Und ich denke mal, ne, liebe Leute... Obwohl, steht hier noch eine... Ja, so langsam... Guck mal, SachsLuca steht da noch so ein bisschen still. Guck mal, sagst du mal, dass ich dir was zeigen, das ist mega lustig. Hm, ja, später. Okay. Ich kenn das mit dem Köpfer, groß und kleine. Hm. Musste mal in die Lobby gehen, das haben wir nämlich schon seit einem halben Jahr. Zeig ich dir nachher mal. Da gibt's dir so einen tollen Effekt, den's bald geben wird, für den Hydraran. So, ja gut, von da aus, ich würd sagen... Ja, der kommt jetzt hier raus, nicht. Ja, der sollte bald kommen, genau. Von da aus würd ich sagen... Lasst mal, die Spiele einfach auch beginnen. Und wir gucken mal, wenn nicht. Wenn hier noch der eine oder andere halte, von der Pause machen wir noch eine Minute. Ist ja viel Zeit. Ja, ja. Ne, ist genug zu jetzt. Bei diesem Labyrinth ist einfach die Hoffnung, stirbt zuletzt. Also, es sind hier alle aus der Holzlipi raus, definitiv ist gut. Mewtwo, hallo! Ne? Also, es ist keiner irgendwie noch in der Pause, ihr seht das gerade, ne? Als Videobeweis, ne, liebe Leute? Genau, es wird natürlich auch bei YouTube später veröffentlicht. Ne, schaut auch mal dort vorbei. Ne, findet ihr in der Twitch-Beschreibung zum Beispiel. Oder, natürlich, wenn's euch gefallen hat oder gefällt, ne, immer einen Daumen hoch und einen Kommentar. Wir müssen uns natürlich auch freuen. Also, ich will nicht, dass meine Stimme im Internet zu hören ist. Ich will, dass du über alles, was ich gesagt habe, einen Diebton drüberlegst. Du musst jetzt die ganze Zeit dazu reden blieben. So, zum Glück weiß ich ja, dass du in meiner Rede dazu bereit bist. So, ich schau mal, wer ist denn hier alles, ne? Die Leute... Hat schon überhaupt niemand geschaut? Oh, war erster? Eieiei. Da sind schon wieder welche durch, ne? Ja, die Koordinate bringt dir da leider nix, lieber Floschen, aber das ist ein nett gemeinter Tipp. Wenn man bei mir auf den Kanal schaut, will man einen Tipp bekommen. Ich hab dann, glaub ich, mal eine Labechen-Tüte gemacht, wenn das noch online ist. Okay. Wenn man jedes Labechen schaffen kann. Ja, so ist das, ne? 400 Sekunden sind noch Zeit, ne? Ja, und ansonsten natürlich... 17 Leute schauen noch zu bei Twitch. Wie gesagt, alle herzlich willkommen, immer noch. Oder, falls jemand Neues, natürlich... Das Wetter genießen. Ein bisschen in die Sonne schauen. Wie fliegen der Sonne entgegen? Nein, wir haben natürlich hier ein Event zu tun und müssen noch arbeiten, liebe Leute. Wir können erst heute Abend die Füße hochlegen. Ja, Rishi, warum ist hier ein paar Tickets? Ist das von der anderen Seite? So, der eine oder andere hat's natürlich schon geschafft. Bloch Jonas ist auch schon durch. Ne? Und wer rennt denn hier drin noch um? Ich werd mal ein bisschen euch von oben beobachten. Ne, ihr seht mich nicht. Nein, Quatsch. Ihr seht mich natürlich. Ah, ja. Da geht ja so lang. Ja, ja, so ist das. Oh, hier hör ich... Ah, das war das falsche Gate, glaub ich. Wir schauen mal. Es sind tatsächlich nur zwei Leute durch, oder wie? Ich guck mal kurz drüben in unsere tolle Wasserlobby rein. Also ein bisschen dunkler hier drin, aber... Wir schauen mal. Bloch Jonas ist hier schon am Start. Und der JNS. Und der Atombombe kommt auch. Hallo! Willkommen im Club der Geschafften. Oh, da kommen die... Oh, jetzt kommen die meisten. Jetzt haben sie's langsam gefunden. Topsy natürlich auch. Und der Apple. Das kann echt nicht... Ich mach es gerade. Füße auf den Tisch. Ach ja, das wär schön. Die würd ich jetzt auch gerne verlegen. Fugling. Denn ich hab ja heute auch schon gearbeitet. 14 Stunden lang. Oh, Mann. Ich arbeite immer noch. Ja, ja. Ich beschwer mich auch nicht. Du hast bestimmt schulfrei oder Ferien, weißt du? Es ist Wochenende. Ja, ich weiß. Deswegen sag ich, ja. Und Ferien sind ja gerade auch irgendwo in welchem Bundesland? In irgendwelchen Bundesländern. Ja, nicht bei uns. Ja, bei dir kommt ja immer das Letzte, glaub ich, ne? Ja. Ja, ja. Boah, jetzt hast du voll viel verraten, wo ich wohne, Mann. Was? Fällt dir ein. Wie? Ach so. Ja, jeder kann nachschauen, wo es als letztes Pferden gibt. Ja. Ist jetzt halt, ne? Und morgen stehen alle vor meiner Haustür. Ist halt in Baden-Württemberg so, ne? Ich hab ja nur gesagt, im Süden, Mann. Oder hab ich Bayern gesagt? Ja, im Süden. Ich wohne in Madroca, ja? Ja, genau. Der Sonne entgegen, ne? Ja, ja. Ach ja, so ist es. Aber so einfach scheint das Labyrinth heute doch nicht zu sein, ne? Heute? Ja, ja. 250 Sekunden sind noch Zeit, liebe Leute. Ich will euch nicht unter Druck setzen. Aber so langsam... Danke, ne? So langsam solltet ihr ins Ziel kommen. Ich schaff's einfach nicht. Genau. Ja, ansonsten... Ich weiß gar nicht, wie sieht's denn eigentlich mit den Wetten aus bei Twitch? Ich kann ja mal nebenbei ein bisschen gucken. Ich glaube... Naja, vier Wetten sind... Fünf Wetten sind angekommen. Also wer noch wetten will, ne? Der lieber Tomomo oder der liebe Signet, wir würden euch gerne erklären, wie das geht, ne? Nebenbei. Oder im YouTuber ist er natürlich auch schon. Hehehehehe. Ne? Ja, ne. Ich kann ja... Ich kann ja gleich nochmal die IDs posten. Moment. Ich werde das nochmal machen. Und zwar... Einmal kurz Stopp und einmal Start. Jetzt seht ihr das nochmal. Ja, 190 Sekunden. Mhm. So. Ja. Ja, Starcrafter, du bist noch nicht durch. Ich bin mal gespannt. Nee. Mal sehen. Ich lauf immer in die scheiß gleiche Ecke. Genau, Stuffy. Ja, wenn ich das nicht schaffe... Naja, Stuffy, jetzt hast du dich grad geoutet. Hehehehe. Stuffy guckt schon 30 Minuten insgesamt zu. Naja, so ist das. Ja, der Tomomo gibt gleich wieder an, weißt du. Hehehehe. Naja, so ist das, liebe Leute. Du glaubst es ja nicht immer. Ja. 150 Sekunden. Oh, hier rennen aber noch viele rum. Ich glaub, da brauchen wir echt mal eine Verlängung. Es scheint diesmal richtig schwer zu sein. Ich weiß gar nicht, wie viele haben es denn überhaupt schon geschafft? Ich geh mal rüber und guck mal nach. Ne. Jetzt wird die Musik grad wieder bei mir extrem laut. Ne. So ist das. Karschen hat es schon geschafft. Deinen Atomomber natürlich. Oh, hier sind noch nicht so viele. Es scheint schwerer, aber so ein paar sind hier doch schon am Start. Ne. Der, äh... Was? Die Namen manchmal. Lolliman natürlich. Und der Apple. Oder Apple. Ne. Und? Der Supershader HD. Oh yeah. Ich hab auch einen schönen Shader grad drinnen. Nur hier drinnen sieht man leider nicht so viel davon. Aber wir warten hier auf noch weitere Leute. Ne. Ein paar Namen seht ihr noch da drüben, die alle da rum. Hobbit und Dick & Starsh zum Beispiel. Sehe ich da. Ja, ja. Kommt alle her, liebe Freunde. Hehehehe. Ich bin mal gespannt. Ne. Oh, 100 Sekunden. Diesmal ist echt. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ich schaff's nicht. Ja, wir machen doch mal ne Verlängerung. Ne. Ich schau mal grad nebenbei auf die Uhr. Wir haben's ja auch noch. Also wir sind gerade... Wie lange sind wir schon online? Ich guck mal gerade. Ähm... 1 Stunde und 10 Minuten. Was? Okay. So ist es. Also es ist 10 auf 8. Mewtwo 2 auf THF. Fuck yeah. Oh man. Jetzt fängst du auch an, oder? Danke für dein Follower trotzdem. Oh man. Ich schaff's nicht mehr. Wer ist das? Das ist ein Fan von dir im YouTube. Nein, ich glaub mir war's das nicht. Wer ist das nicht? Das ist halt ein anonymer Fan von dir, sei doch froh. Hm. Bei mir geht das schon die ganze Zeit so. Keine Verlängerung? Wow. Da ist aber jemand... Hier sind echt viele noch, ne? Also ich will natürlich, dass heute vielleicht sogar jemand gewinnt, ne? Also wenn wir jetzt aufschauen, glaub ich, dann gewinnt keiner heute. Aber jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Gib mal einen Tipp. Ja, ich kann leider keinen Tipp geben, ob's jetzt... Also das bringt ja nicht. Würde ich ja nicht jetzt sagen, oben, oben, rechts, ne? Dann... ja. Sag mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, 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 ja. 20 Sekunden wären theoretisch nur noch Zeit, ne? Ja, Mewtwo, siehst du mal, ne? Habt ihr gute Arbeit geleistet diesmal? Haha. Also, ne? Alle Beschwerden natürlich an Mewtwo... Nein, Quatsch. Der ist nicht. Das ist ja gut so. Ja, ja, mach mal noch zwei Minuten oder so. Oh, hier sind echt noch viele Leute hier. Wow. Ich schaff schon zwei Minuten mit. Na? Der Wille zählt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, jetzt muss ich mal die Musik ein bisschen leiser machen, kurz. So, was soll denn? Oh. Sehen wir ein paar Zicken. Und? Oh, ich hab's geschafft, oh mein Gott. Ich hab's geschafft, das finde ich schon. Ich komm gleich wieder. Ja, ja. Ja, wenn nicht, ähm, müden wir dich erstmal wieder und dann können wir dich ja nachher nochmal endmüden oder so. Ne? Dann kann ich auch ein bisschen allein mal wieder so ein bisschen ruhig so... You know? Hä? Nein. Ähm, gut. Wow, 80 Sekunden, ne? Euer Wunsch ist mir Befehl. Herzlichen Dank. Ja, das ist manchmal ganz angenehm, ne? Oh, großer Meister. Ach, Quatsch. Nein, nein. Du machst das ja auch gerne, hoffentlich. Weil, dass du das jetzt bestimmt gesagt hast, sag einfach ja natürlich, mach das gerne. Sonst heißt das wieder, weißt du, ich zwing euch dazu. Nein, du zwingst uns gar nicht dazu. Ach, ja. Kann nicht mehr als Zuschauer fliegen, Liddlestone. Ähm, du kannst dann einfach reconnecten, einfach slash, ähm, slash Lobby und dann slash Event eingeben. Dann sollte das eigentlich funktionieren im Normalfall, ne? Oh, Mewtwo, du hast einen großen Fan, wie ich grad sehe. Ansonsten, ähm, wenn das so weiterläuft, dann mach ich auf jeden Fall gleich kurz die Alert-Zeit aus. Ist kein Problem. Das ist nicht so schlimm. Sascha beherrsch dich. Ansonsten, ne, weißt du ja, dann sagst du tschüss für heute. Ah, so, wir gucken mal. StarCraft ist wieder da. Ja, StarCraft, nicht wundern, wir haben dich mal kurz gemutet, ne? Könnte ich ja nachher nochmal kurz endmuten, ne? So, ansonsten, 5, 4, 3, 2, 1. Und? Der Countdown ist vorbei. Und? Und dann war's das. 29 Leute, ne? Acht Leute sind weiter, dank Verlängerung. Ja, es ist ja ein... Danke, Terpelmaus. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ironisch grad gemeint war oder ob das nett gemeint war. Wenn's ironisch gemeint ist, dann, ja. Hehehehe. Tut mir leid. So. Genau. Und in der nächsten Prüfung, liebe Leute, ne, hab ich mich schon mal ein bisschen vorgeschlichen. Ihr seid hier schon am warten. Ja, wir gehen mal schon mal vor. Und schauen mal. Und zwar kommen wir, ne, in unser... Wie haben wir's genannt? Feendorf, ne, glaub ich, oder sowas, ne? Und hier ist es tatsächlich so, hier sind drei versteckte Schilder. Oder beziehungsweise, ähm, hier sind Schilder versteckt, die ihr halt finden müsst. Also die sehen nicht so aus wie so ein normales Schild halt, sondern da steht halt auch drauf Schild. Und dann Rechtsklick. Davon müsst ihr halt drei finden. Wenn ihr alle drei gefunden habt, dann müsst ihr einfach hier mitten in der Mitte zu den großen Thronen gehen. Hier hochklettern, den Glowstone-Pfeilen folgen und in die nächste Lobby gelangen. Und dafür habt ihr zwölf Minuten Zeit, liebe Leute. Ja, und ich hätte gerne mal wieder ein Hashtag Ja im Chat, damit ich weiß. Oder damit wir wissen, ob wir das Spiel schon starten können. Ne, sieht schon mal ganz gut aus. Hashtag Ja, 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 ja. Okay, ich weiß, ihr seid schon alle gespannt. Natürlich, ähm, das Event dauert immer zwei Stunden circa. Und von daraus würde ich sagen, wir starten's einfach schon mal nebenbei, liebe Regie. Genau, startet das Spiel. Sehr schön, 27 Sekunden. Ja, und ihr müsst halt drei Schilder finden. Ja, wir werden natürlich das ab und zu immer noch posten, damit ihr noch mal alles durchlesen könnt. Also die rote Schrift am Anfang, das machen wir immer viel los.